Nevros Piros B. Euch allen herzliche Grüße zum kurdischen Neujahrsfest, zum Nevros-Fest, das dieses Jahr leider in einem ganz anderen Rahmen stattfinden muss, als das sonst der Fall ist aufgrund der Corona-Pandemie. Die Kurdinnen und Kurden werden unterdrückt. In der Türkei, durch Erdogan, wo Politikerinnen und Politiker der HDP verhaftet wurden, seit Jahren im Gefängnis sitzen, die Opposition wird unterdrückt, kritische Journalistinnen und Journalisten werden verfolgt und dürfen ihrer Arbeit nicht nachgehen. Türkische Truppen haben nach wie vor Avrin besetzt und wir sind solidarisch mit den Menschen in Rojava, die dort versuchen, ein anderes Gesellschaftsprojekt aufzubauen und die sich wehren gegen Erdogans Truppen. Auch in Deutschland werden Kurdinnen und Kurden bedroht. Viele erhalten Morddrohungen von Faschisten oder werden sogar selber Opfer rechter Gewalt. Der Anschlag in Hanau ist gerade mal ein Jahr her und auch da waren Kurden unter den Opfern. Wir sagen, kein Fußbreit dem Faschismus. Wir müssen gegen Rassismus und gegen Faschismus ankämpfen. Das Nevros-Fest ist auch immer ein Neubeginn. Das neue Jahr, der Frühling. Lass es uns als Aufbruch nutzen, als Signal der Hoffnung für ein friedliches, für ein solidarisches Zusammenleben.